Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zurück bei Evoland. Und wir machen hier Bejewel, beziehungsweise Candy Crush oder wie auch immer ohne Candy. Sondern mit krassen Wikinger. So. Wir starten auch direkt wieder rein ins Gemetzel hier. Bom, 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 bom. Habt ihr keine Ahnung, worum es geht, dann guckt euch die letzte Folge an. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Boah, hab den schon ordentlich Leben abgezogen und ich bin noch voll. Das ist sehr gut. Gelb bräuchte ich ein bisschen. Könnte ich mir darüber holen. Oh, ich sehe gerade. Ich hoffe, der hat jetzt... Ja, okay, ich brauche blau noch ganz dringend. Dann kann ich auch endlich mal irgendwas machen hier. Okay. Bum, 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 bum. Sehr gut. Oh, 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 oh. Ich bin dran, ich bin dran. Perfekt. Dann nehme ich mir direkt den Zusatzzug hier weg. und ja, blau oder gelb ist eigentlich auch ganz gut. Angriff ist auch sehr schön. Wie, keine Bewegung. Was, was, was? Da waren auch noch Züge übrig. Na, nehmen wir den mal. Was? Zwei Zusatzzüge in einer Runde. Wahnsinn. Oh, okay. Ja, okay. Ich verstehe. Ich nehme mir erst mal den Angriff hier weg, weil ich meine, wir haben den fast komplett geschwächt. Oh komm, da kriege ich doch jetzt locker irgendwo einen Zusatzzug hin, oder? Das gibt's nicht. Krass, egal. Dann, äh, sechs Schaden. Nein. Und pro roten noch mal ein. Okay, dann nehmen wir mal hier die. Adios, mein kleiner Begleiter. Wer seid ihr überhaupt? Okay. Jawohl. Okay, ich glaube, das ist unser vorletztes Duell. Bum, 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 bum. Und noch schlagen wir uns echt gut. Bin mal gespannt. Es kommt sicherlich auch im Bosskampf hier mit. Und der wird's wahrscheinlich in sich haben. Nein! Wollte ich mir holen. Ähm. Sehe ich irgendwo einen Zusatzzug? Nein, sehe ich nicht. Aber es ist eine lustige Spielidee. Ich glaube, so habe ich das auch noch nie irgendwie bei einem Spiel gesehen. Also in der Art. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Das war jetzt scheiße. Okay. Ich habe dir einen ekligen Vorteil gegeben jetzt. Aber noch führe ich. Okay. Oh, that's mine. That's mine. That's mine. Ähm. So. Verdammt. Da kann sich heilen. Das kann ich mir doch bestimmt irgendwie... Egal. Dann machen wir jetzt mal hier den. So. Okay. Irgendwie konnte ich mir vorhin die Sachen von ihm angucken. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Ähm. Hm. 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 Oh ja. Oh ja. Ich sehe gerade. Das dürfte den ordentlich Schaden geben jetzt. Ja. Hat es auch. So. Machen wir das Ganze nochmal. Ach, jetzt können wir jetzt... Zerstört zwei Spalten verursacht drei Schaden pro eingefrorenen Juwel. Zerstört blaue Juwele und heilt zwei LPs pro zerstörten Juwel. Ah. Das ist natürlich... ...ganz gemein. So. Haben wir hier irgendwo noch eine Kombi. Die li 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 li. Sonst mache ich nämlich einfach wieder den Manfred. Wollah. Gerade das kann und ihn jetzt praktisch tötet. Ja. Das ist super. War... Hier habt ihr mich besiegt. Okay. Machen wir noch mit dem. Ja. Das ist unser letztes Duell dann. Das bringt uns zwei hier nur Geld. Oh. Okay. Doch kein Geld. Alles klar. Also nicht nur Geld. Ähm. Ja, dann ein bisschen Geld. Äh, gelb. Ja, dann mal ein bisschen Grün. Ich brauche irgendetwas. Eine andere Farbe. Hier zum Beispiel sowas. Spannender ist ja immer, wenn man unten was wegnimmt. Oh. Stammt. 16 Schaden. Oh. Das hier fährlich. Das hier fährlich. Aber Blau habe ich schon. Egal. Irgendwas muss ich ja machen. So. Okay, jetzt ist es ein bisschen heikel, weil jetzt haben wir echt wenig Kombinationsmöglichkeiten. Da ist der Zufallsgenerator nicht mehr so zufällig. Kann man ein bisschen angreifen. Oh, das ist. Das hat er gut gemacht. Ah, verdammt. Das ist meine Chance. Nein, 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 nein. Das ist nicht meine Chance, weil er noch dran... Oh, das erste Mal, dass wir verloren haben. Eure Niederlage war unvermeidlich. So, müssen wir es natürlich nochmal versuchen. Sehe ich irgendwo eine Vierermöglichkeit. Nö. Blau. Und Gelb. Perfekt. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt... ein bisschen Geld. Ah, ne. Schwert lieber. Das Geld ist mir nicht so wirklich wichtig. Rot haben wir noch gar nicht. 48 Schaden, ey. Ich glaub's nicht. So, jetzt rocke ich aber hier ein bisschen. Habe ich dann wenig roh... Gelb hab ich wenig, dann... Dann machen wir das mal hier. 14, ja, das war... Ist okay. Sieht immer so aus, als ob man überall was machen kann. Aber es geht dann doch nicht. Ziehen wir ihnen erstmal noch 10 Leben ab. Was? Ging da doch ein Zusatzzug, den ich übersehen hab? Oh nein, bitte, bitte, komm. Vorusagt 6 Schaden und teilt 5 LP pro grünen Juwel. Okay. Ja, 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 ja. Ich muss den nur noch einmal treffen mit irgendwas. Der hat natürlich noch Ansturm machen können. Ah, wie fies, wie fies. Okay. Ja, gut. Dann müssen wir es nochmal machen, natürlich. So. Ich glaube, das ist das abwechslungsreichste Let's Play, was ich jemals machen durfte. Okay. Vorhin, die Runde war wirklich gut. Bis wir dann... Nicht mehr so gut waren. Ähm... Okay. Mal das da. Rot brauchen wir ein bisschen. Glaube. Klar, dass der das nimmt. Naja, der kann jetzt wieder seinen super Mega-Oberangriff machen. Guck mal ganz schnell, was das... Angriffsjuwelen verursachen bei diesem Zug zweimal Schaden. Spielt nochmal. Und das ist... Verwandelt rote Juwelen in... Angriffsjuwelen. Okay. Du, 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 du Äh, ich sehe nichts mehr. Dann mache ich mal, mache ich mal den da. Der darf keine roten Juwelen in die Finger kriegen. Deswegen versuche ich die roten Juwelen zu vernichten. Der hat mir bis jetzt noch gar nichts abziehen können, so richtig. So. Okay. Ja, 10 habe ich dann praktisch jetzt weg. Oh nein, oh nein, oh nein Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein 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 Okay, ich bin dran Okay, verursacht es den Schaden Genau die, die ich gebraucht habe Das war knapp Ich wurde geschlagen unmöglich Okay Achso, das waren schon sechs Was? Ihr habt tatsächlich all diese Krieger besiegt? Hm. Perfekt. Im Namen der großen Schildkröte könnt ihr unseren Boss herausfordern. Yay. Und das machen wir in der nächsten Folge von Evil Land 2. Bis dahin. Tschüss.